moin und hallo willkommen auf dem kanal hermann 1250 schön dass ihr wieder eingeschaltet habt hier der zweite teil wo ich die e-sicker ig 600 und die zeumo cy 95 im einsatz hatte hier sieht man auch wieder deutlich den fehler den ich vorab im ersten teil schon angesprochen habe da habe ich die ig 600 etwas zu tief angebracht und das ist natürlich kontraproduktiv in der nacht weil die leds zu doll strahlen und das vorderliegende laub sehr doll reflektiert der neugierige dax ist natürlich auch wieder dabei wenn ihr schöne geschichten und jung dax sehen möchtet schaut gerne mal beim kanal von dax 12 12 vorbei an dieser stelle bekomme ich sehr oft aufnahmen vom dax weil er hier auch nach futter sucht aber ich habe bis jetzt immer noch nicht sein bau gefunden unterhalb des umgekippten baumes ist zwar ein bau aber der ist nicht bewohnt zumindest sieht er nicht so aus die kamera hat keinen schaden davon getragen bei den untersuchungen vom dax aber sie war sehr stark verschmutzt ich blende euch mal dazu ein bild ein 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 das war es denn auch schon wieder für heute ich habe mich sehr gefreut dass ihr eingeschaltet habt und nicht vergessen liken kommentieren und abonnieren würde mich sehr freuen wenn ihr auch wieder beim nächsten mal einschaltet und bis dahin wünsche ich euch alles gute bleibt gesund und bis bald